Erst tot, dann Torte. Der Tod gehört zum Leben, vor allem aber gehört er zu Wien. Die österreichische Hauptstadt hat ein besonderes Verhältnis zum Sterben. Geruft, Leichenschmaus, Geisterbahn, eine Reise ins Morbide. Als erstes sieht man Klebe. Wer nach Wien reist und vom Flughafen ins Zentrum fährt, passiert einen der größten Friedhöfe Europas. Drei Millionen Tote liegen auf dem Wiener Zentralfriedhof im südöstlichen Stadtteil Semmering. Er ist so groß, dass Touristen dort Fiakka-Rundfahrten machen können. 80 Kilometer messen die Wege, es gibt Bushaltestellen. Etwa 1000 Promi-Gräber mit Musikern, Schriftstellern oder Politiker zählt die Ruhestätte. Am Grab von Falco, der Johann Hans Hölzel hieß und 1998 in der Dominikanischen Republik im Koksrausch mit einem Bus zusammenprallte, machen zwei Fans schon an einem kalten Montagvormittag Fotos. Das Grab hat die Form einer durchgebrochenen Zähde und zeigt Falco in einem schwarzen Umhang. Muss ich denn sterben, um zu leben? Sagen der Künstler, und man möchte ihm antworten, ja, in Wien vielleicht schon. Die Bewohner der österreichischen Hauptstadt haben ein spezielles Verhältnis zum Tod. Eine Beirdigung war früher ein Großereignis, pompös musste es werden, am besten sollte die ganze Stadt zusehen. Manche Menschen sparten ihr Leben lang für ihr Begräbnis. Das Falco Grab auf dem Wiener Zentralfritthof, Fans bilgern oft hierher und huldigen dem Musiker. Quelle, schaubwalzerwin.gv.at bit-deutsche-presseagentur-tmn Seit 1967 gibt es ein Bestattungsmuseum, es liegt heute auf dem Zentralfritthof. In einer früheren Aufbauungsschelle sind Särge, Urnen oder Totengewände zu sehen. Besucher können die beliebtesten Beerdigungsleder der Wiener anhören. Platz 1, Dieme to say goodbye, Platz 2, Ave Maria, von Bach, Platz 3, Ave Maria, vom Schubert. Auch das Zentrum Wiens ist ein einziger Friedhof. Die Innenstadt ist von Grüften und Katakomben durchzogen. Die Michael-Ergruft etwa liegt unterhalb der Michaeler Kirche gegenüber der Hofburg, dem Sitz des Bundespräsidenten. In dem engen, dunklen Kellergewölbe ist es kalt, manche der Särge sind geöffnet. Der Besucher schaut auf mumifizierte Leichen, deren Perückenteils noch zu sehen sind. Pompös sind viele Gräber auf dem Zentralfritthof in Wien. Der Ort ist eine berühmte Touristenattraktion. Quelle, schaubwalzerwin.gv.at bit-deutsche-presseagentur-tmn Ist der Mozart auch hier unten? Will ein kleiner Junge wissen. Na, aber sein Schwiegervater, sagt der Führer. Wo die Reste des Mannes sind, weiß keiner. Totenbücher geben zwar Aufschluss, wer in der Gruft liegt, die Särge selbst sind aber nicht mit Namen versehen. Keinen Zweifel gibt es, wer in der Kapuziner-Gruft liegt, Wiens wohl berühmteste Gruft unterhalb eines schlichten Klosters beherbergt die Gebeine der Habsburger, die vom 12. Jahrhundert bis zum Ende der Monarchie 1918 regierten. 149 von ihnen finden sich in aufwendig verzierten Särgen. Danja Dolnack, die mit ihrem Pagenschnitt und Seidenschal auch Luxusmodo in der Innenstadt verkaufen könnte, konzentriert sich beim Rundgang durch die Ausgeheleuchtäte. Seidenschal auch Tätig, ruft auf die wichtigsten Herrscher und lässt auch die Ruhestätte von Österreichs berühmtester Kaiserin Sisi nicht aus. Frische Blumen liegen vor dem Sarg, Seffis macht niemand. Die Führung durch die Kapuziner-Gruft führt auch zu den Särgen von Kaiser Franz Josef I. und Sisi. Quelle, Alexandra Stahl-Deutsche Presseagentur-DMN Drastische Bilder finden sich im Kriminalmuseum, das abseits der Touristenströme in einem unscheinbaren Wohnhaus in der ruhigen Leopoldstadt untergebracht ist. Hier stellt die Stadt Folterwerkzeuge und Tatwaffen aus und illustriert die schauerlichsten Morde, teils mit Originalleichenfotos. Das muss man aushalten können. Auch in den berühmten Kaffeehäusern, von denen man nie genau weiß, ob man sie schwermütig oder dekadent finden soll, sitzt der Tod mit am Tisch. Schwarz gekleidete Kellner wirken in ihrer Ernsthaftigkeit nicht selten wie Sargträger. Die Gäste bestellen vor 11 Uhr morgens Leute. Wer sich so ungezwungen mit dem Tod befasst wie die Wiener, genießt vielleicht auch das Leben mehr. Der Prater, Wiens großer Vergnügungspark, hatte das Ganze ja offen. Aber auch hier ist es eher bedrückend. An einem kühlen Herbsttag ist das Areal fast leer, die kahlen Bäume rund um die Fahrgeschiffte, von denen die Hälfte Geisterbahnen sind, verleihen ihnen etwas Tristes. Rechts Axt penst, links Axt penst, scheppert es aus den Lautsprechern, und es könnte jetzt gut auch 1970 sein. Geisterbahn auf dem Prater, der Tod schreckt die Menschen in Wien weniger als anderswo, könnte man meinen. Quelle, Alexandra Stahl-Deutsche Presseagentur-DMN Die Geisterbahnen waren das Größte für uns, erzählt Karl Karlisch, ein 86 Jahre alter Österreicher, der seit Jahrzehnten mit seiner 71 Jahre alten Frau getraut in Wien lebt. Karlisch erzählt vom Friedhof der Namenlosen, draußen am südöstlichen Stadtrand, am Alberner Hafen. Es ist die letzte Ruhestätte für Selbstmörder, die keiner identifiziert oder Menschen ohne Angehörige. Das gibt es doch in anderen Städten nicht, ist er sicher. Zum Abschied schenkt getraut Karlisch der Besucherin einen Friedhofsführer für Wien. Nach Wien fliegen verschiedene Airlines, etwa EasyJet ab Berlin oder Lufthansa ab München. Die Flugzeit beträgt in der Regel kaum mehr als eine Stunde. Alternativ Anreise per Bahn Hotels in Wien sind eher teuer. Ein Doppelzimmer in einem zentralen Drei-Sterne-Haus kostet um die 120 Euro pro Nacht. Eine Alternative sind private Angebote auf Erdend, die allerdings auch nicht sehr günstig sind. Im Schnitt kostet dort eine Unterkunft für einen Allanreisenden in zentraler Lage um die 60 Euro pro Nacht. E. I. J. P.